Es bräuchte viel mehr Fahrräder auf den Straßen, Photovoltaikanlagen auf jedem Dach. Im Prinzip auch die Heizung müsste auf regenerative Energien umgestellt werden. Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen. Ja, da kann man schon mal gegen eine Wand laufen, quasi. Man muss Dinge einfach mehrmals probieren. Wer mich kennt, der weiß das vielleicht, dass ich nicht gleich aufgebe. Ich bin Konstanze und arbeite in der Gemeinde Höhenkirchen Siegertsbrunn in der Verwaltung im Bereich Klimaschutz. Der Klimaton ist eine Aktion, die geht jetzt sechs Wochen lang und wir haben eben diese Themenwoche Mobilität. Ach je, das ist ja Zeltlicht. Das habe ich allein organisiert mit den Vereinen hier im Ort. Jetzt muss ich dem Kollegen draußen helfen. Weil ja Klimaschutz nicht nur auf Verwaltungsebene passiert, sondern in der breiten Öffentlichkeit. Letztendlich brauchen wir jeden Einzelnen, dass er mitmacht. Für mich war es natürlich sehr wichtig, weil es der erste Auftakt so auch für mich in der Gemeinde war, wo ich mich öffentlich quasi gezeigt habe und präsentiert die Gemeinde auch letztendlich. Guten Morgen! Und die Bürgermeisterin! Hallo! Servus! Servus! Neuer Mann! Ja genau! Ich bin herzlich mein Mann! Ich ziehe jetzt nochmal hier die Husten drüber. Ja, ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Das Wetter passt ja auf jeden Fall schon mal. Der Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen und das versuche ich auch persönlich natürlich zu leben. Meine erste Station war in einem Umweltplanungsbüro in München. Da habe ich an Umweltverträglichkeitsstudien mitgearbeitet und dann habe ich in einer Beratungsfirma gearbeitet und habe verschiedenste Unternehmen vom Volksfestbetrieb bis hin zu den Stadtwerken beraten bei Umwelt- und Energiemanagementsystemen. Und habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich mir auch die Umsetzung begleiten möchte und deshalb bin ich dann auch bei der Gemeinde gelandet. Das Thema Klimaschutz ist ja recht jung in den Gemeinden noch. Das ganze Thema ist jetzt erst noch im Aufbau. Ich bin sehr gespannt, wie das hier aufgefasst wird, wie ich unterstützt werde. Das hier ist der Sitzungssaal, wo der Gemeinderat und auch die Gremien vom Gemeinderat tagen, sage ich mal. Und eben die Entscheidungen gefällt werden, die politischen. Den Gemeinderat zu überzeugen, dass entsprechend die Themen umgesetzt werden, ist nicht immer ganz einfach. Also da natürlich die politischen Meinungen teilweise sehr auseinander gehen bei dem Thema Klimaschutz. Also die Fraktionen sitzen dann hier außen rum und die Bürgermeisterin würde hier sitzen. Ja und ich sitze dann da. Da muss man wirklich auch mit Gegenwind rechnen. Das ist schon manchmal sehr ernüchternd oder da muss man auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, das ist nicht so einfach. In der hohen Qualität. Es ist auf jeden Fall enorm wichtig, auch die Leute direkt anzusprechen. Also gerade mit solchen Veranstaltungen, auch dass man bekannt wird im Ort und dass die Leute wissen, dass man existiert und dass sie sich an einen wenden können. Das macht Spaß, ja. Ja, das gute Wetter hat wohl die Leute auch in die Berge gezogen oder in den See. Ja, das ist, aber zumindest ist bisschen was los. Es ist ein Anfang. Es ist nicht unbedingt leicht so, die Leute anzusprechen mit dem Thema, dass man im Endeffekt die Leute dafür gewinnt, die für das Netzwerk quasi dann genutzt wird. Die Gemeinde fängt jetzt an, ihre Gebäude Stück für Stück auf erneuerbare Energien umzustellen, also Photovoltaik auf dem Wasserwerk ist zum Beispiel ein Projekt. Da ist jetzt eben die Planung so weit vorangeschritten, dass die Ausschreibung auch gestartet werden kann. Es soll quasi auf allen Dachflächen eine Solaranlage errichtet werden, auch auf dem Carport. Hier wäre auf jeden Fall noch Potenzial für mehr Solaranlagen. Das Problem ist quasi, dass man hier den Flächennutzungsplan ändern müsste. Also wir haben jetzt hier auf diesem Plan eben nur das Wasserwerk, also Fläche zur Wasserversorgung quasi und Grünfläche. Aber es müsste eine Fläche für Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien sein. Und ja, das ist eine sehr langwierige Geschichte mit Bürgerbeteiligung. Also das kann sich über Jahre ziehen quasi, also so mindestens drei Jahre. Es ist verschenkter Raum und die Zeit haben wir eigentlich nicht. Und ja, an sich diese Fläche hier bietet halt zusätzlichen Nutzen für die Solaranlagen, weil das kühlt gleichzeitig die Module und dadurch sind sie auch leistungsstärker. Also es wäre perfekt. Durch die Situation mit den Klimakrisen, die wir jetzt schon erleben, ist natürlich auch ein anderes Bewusstsein da, dass da schneller Dinge umgesetzt werden müssen. Ich hoffe sehr, dass das auch wirklich jetzt so kommt. Wenn ihr noch mehr über meinen Job wissen wollt, dann klickt hier oben. Die Liste enthält eigentlich meine Ideen, die ich für die Gemeinde habe, für den Bereich Klimaschutz. Und da habe ich jetzt gleich einen Termin mit der Bürgermeisterin, der Geschäftsführung und der Bauamtsleitung. Also alle wichtigen Personen, die da entsprechend ihre Zustimmung oder eben Ablehnung da hoffentlich eher die Zustimmung geben werden. Und jetzt wird man halt sehen, wie sie zu den Themen stehen. Ja, wir hatten ja am Donnerstag Gemeinderatssitzung und da waren ja einige Themen drauf, die sie dann doch bearbeiten dürfen. Wir hatten drei Anträge drauf. Der eine war ja von den grünen Photovoltaikanlagen auf den gemeindlichen Dächern. Dann ein etwas größerer Antrag, der deutlich mehr Arbeit wahrscheinlich machen wird. Ist auch wieder von der SPD-Fraktion, dass wir einen Anheiz aktiv von der Gemeinde aus starten. Für zum Beispiel Lastenräder, aber auch zum Beispiel Photovoltaik. Ich habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht, was man in der Gemeinde noch so umsetzen könnte, kurz- oder mittelfristig, langfristig vielleicht. Also ich fange mal an. Das erste Thema wäre jetzt zum Beispiel das Thema Beschaffung. Man müsste halt überlegen, ob man Grundsatzbeschlüsse bei dem Thema auch fasst. Zum Beispiel, ob wir Fairtrade-Kommune werden wollen oder eine Bio-Zertifizierung anstreben. Ich hatte noch die Überlegung, wir haben ja auch vom Landkreis München wiederkehrend diese Treibhausgas-Bilanz, die erstellt wird. Und da könnte man jetzt vielleicht auch intern noch das Ganze ausweiten, dass man auch direkte Emissionen, aber die durch die Mitarbeiteranreise entstehen, dass man das noch integriert in diesen Treibhausgas-Bericht. Indem man eine Umfrage mal macht bei den Mitarbeitern anonym, wer wie zur Arbeit kommt und dass man dann entsprechend das integrieren kann. Ja, und vielleicht dann auch einen Anreiz schaffen, dass wir jedes Jahr um so viel Prozent runtergehen. Genau, richtig. Generell waren die Damen sehr angetan von den Ideen auch. Also ich meine, beim einen mehr, beim anderen weniger, also klar. Aber so die Tendenz ist schon eher dazu, dass jetzt da die Ideen von mir umgesetzt werden können. Wir verlosen den ersten Preis und unsere Fee ist unsere Frau Neumann, die die Hauptorga heute gemacht hat. Sie dürfen reinlangen, nicht reinschauen? Also, den ersten Platz hat Jochen Kühlbrei. Jochen Kühlbrei? Herzlichen Glückwunsch! Nächstes Jahr müssen wir einfach schauen, dass das dann noch mehr beworben wird im Vorfeld. Und ja, aber so lernt man auch dazu. Also das war schon mal ein guter Start. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die Dringlichkeit, die ich sehe und einfach, dass man da an dem Thema dranbleiben muss, ist für mich einfach so ein innerer Antrieb, dass ich da wirklich was bewegen möchte für die zukünftigen Generationen. Das ist mir einfach ein Herzensthema. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Wenn ihr etwas über den Studiengang Klimaschutz und Klimaanpassung wissen möchtet, klickt hier. Mehr von Alfa Uni findet ihr hier. Eher hier. Ich werde euch mein Video angeschaut. Und dann geht's euch das.